Freyd hat den Ball trotzdem übernehmen können. Zurück zum Antenner. Wieder Schellmann. Und da wieder ein ungenahler Pass. Wieder Schellmann. Und das mal der Zorowulf von Jens Freyd. Das erste Gläufer vor Polo Küritz nach 37 Minuten und 32 Sekunden. Sie nutzen damit die Strafgegenbalance aus. Das war jetzt eine Einzelaktion von Jens Freyd. Also nicht nur ein klein, sondern das war jetzt wirklich L.A. ein einziges Treffer. Ja, finde ich. Ich kann jetzt hoffen, dass es so wie ein Sanktube ist. Jetzt klutscht es so. Mit einer genialen Einzelaktion. Und ich bin gespannt, ob die Sanktube öffnen könnte. Aber ein genialer Treffer. Einmalige Schütze. Geht wieder ein paar Klicks online. Einmalige Schütze. Die Sanktube öffnen. Einsalte schütze. Nur-Jütze!